Der Endgültige, der letzte Glaube, ist der Glaube an eine Fiktion. Wohlwissend, dass es eine Fiktion ist und nicht mehr. Das sagte vor über 100 Jahren der amerikanische Jurist Wallace Deans. Sagen Sie einfach Nein. Vertrauen Sie in ein Nein. Sagen Sie doch nicht immer nur Ja, 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 Ja. Sagen Sie doch einfach Nein. Vertrauen Sie in ein deutliches, klares... Aber glauben Sie mir, vertrauen Sie daraus. Wir können in eine bessere Zukunft gehen, gemeinsam. Aber dafür, dafür brauchen wir diese Liebe. Und deswegen, meine Damen und Herren, sage ich Ihnen, ich liebe Sie. Ich liebe Sie alle. Ich habe Sie alle immer geliebt. Egal, wer Sie sind, woher Sie kommen, es spielt keine Rolle mehr. Ich gebe Ihnen mein All und alles. Sie können alles von mir haben. Ich gebe Ihnen meinen Körper, meine Gedanken, meine Gefühle, mein Leib, meine Vergangenheit, meine Zukunft. Ich brauche Sie nicht mehr. Sie können sie haben. Weil ich Sie so liebe, weil ich Sie alle lieb habe. Und deswegen möchte ich Sie, meine Damen und Herren, dazu auffordern, mich ebenso zu lieben. So ähnlich zu lieben, wie ich Sie alle auch liebe, meine Damen und Herren. Ich danke Ihnen. Untertitelung. BR 2018